Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen kleinen aber feinen Fashion Try-On-Hall für dich und einen mega Rabatt-Gutschein von Chiquelle. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich durfte mir mal wieder im Online-Shop vier Teile aussuchen und die möchte ich euch einfach kurz und knapp in diesem Video zeigen. Ich habe auch einen Gutschein-Code mit 25% Rabatt und zwar ist das Claudis 25. Blende ich dir hier mal ein, da kriegst du 25% Rabatt, das ist echt viel, auf die Produkte in dem Online-Shop. Und ja, wenn du dich dafür interessierst, dann schau da gerne einfach mal vorbei. Ich habe dir auch die Teile, die ich jetzt hier zeigen werde, in der Infobox verlinkt. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Hier habe ich das erste Kleidungsstück, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar ist es wirklich ein wunderschöner Strickpullover. Ja, der ist halt in so einem Creme Weiß, hat wirklich lange Arme und auch so, wie nennt man das, Trompetenärmel, glaube ich. Ja, und das mag ich gerne an Kleidungsstücken tatsächlich. Das ist immer sehr kuschelig. Von der Länge her ist der so halblang, also der wird ja jetzt nicht irgendwie, ne, mega tief runtergehen. Aber ich finde das eigentlich von der Länge her schön, wenn man einen Rock dazu kombiniert, ne, oder eine Leggings oder sowas mag ich echt gerne leiden. Ähm, ja, das ist gemütlich, winterlich und den ziehen wir doch mal an. So schaut der Pullover jetzt angezogen aus. Ähm, also ich liebe diese Ärmel, ne, das finde ich echt klasse. Ja, er ist natürlich etwas kurz. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall einen Rock oder sowas zu anziehen, dass es ein bisschen höher geht. Oder wo ich das halt entsprechend reinstecken kann. Ich finde, dass der auch nicht... Ich muss mal eben mit dem Spuhl zu sein. Du schieb, was ist das denn hier? Ich finde, dass er super angenehm locker sitzt, aber auch nicht zu locker. Ne, also er ist schon noch ein Stück weit figurbetont. Und, ähm, ja, das ist halt so ein schöner, warmer Strickpullover. Das Material ist auch wirklich sehr, sehr sanft, wie ich das so von der schwedischen Mode von Chiquelle kenne. Finde ich echt toll. Die Armlänge gefällt mir. Ich weiß gar nicht, ist es eine bestimmte Länge? Äh, Größe? Ne, ich glaube, das ist tatsächlich One Size, genau. Das Einzige, was ich in einer entsprechenden Größe auswählen konnte, war der Rock, den ich euch jetzt zeige. Ich spreche von diesem Schätzelein. Habe ich in der Größe L bestellt. Ähm, ja, ich bin 1,73 Meter groß und, äh, ja, trage auch in Hosen normalerweise die Größe L. Und deswegen habe ich mir den Rock auch in L ausgesucht. Ähm, das ist so ein ganz schöner, leichter Stoff. Also das kann man sowohl mit einem, ja, mit einer dicken Strumpfhose oder mit einer Leggings so im Herbst-Winter kombinieren, als auch dann mit einer dünnen Strumpfhose oder gar keiner Strumpfhose dann im, äh, Frühjahr oder Sommer. Wir haben hier Gott sei Dank keinen Schlitz drin. Das ist immer so eine schwierige Kiste bei so kurzen Rücken, finde ich. Weil ohne Schlitz kann ich den auch im Büro tragen, ohne Angst haben zu müssen, dass er mir irgendwo, irgendwo irgendwas preisgibt, was ich nicht preisgeben möchte. Wir haben hinten einen Reißverschluss, das finde ich auch ganz schön. Und, äh, joa, was gibt's da sonst noch zu sagen? Hat einen Bund, ist schwarz. Und den ziehe ich jetzt mal dazu an. So schaut das dann in Kombination aus. Das gefällt mir auf jeden Fall von dem Stil hier, vom Outfit her. Mir gefällt die Länge vom Rock auch tatsächlich. Ähm, das, was ich aber kurz monieren möchte, ist, äh, dass der Pullover vielleicht doch etwas zu, ich weiß nicht, zu kurz ist, weil ich musste den jetzt halt auch in die Leggings reinstecken. Oder der Rock hätte vielleicht eine Nummer kleiner gedurft und dann hätte er höher gesessen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall werde ich das dann wahrscheinlich nicht so im Kombi tragen. Sobald ich die Arme anhebe, wird sich, nee, doch nicht, aber sobald ich mich hinsetze, wird sich wahrscheinlich mein Pullover hier hinten, ja, raus, äh, verabschieden, sage ich jetzt mal. Aber so sieht es auf jeden Fall ganz nice aus. Das mag ich leiden. Wenn es vielleicht dann doch mal etwas wärmer werden sollte oder man drin ist und der Kamin ist an und so, dann gibt es noch für diesen Pullover eine Alternative. Da rede ich von diesem wunderschönen Teil. Der ist in so einem, ja, grauen Stoff, würde ich sagen. Ja, nee, beige-grau. Beige-verwaschen-grau, hätte ich jetzt die Farbe genannt, keine Ahnung. Oder taupe, ganz hell taupe, taupe, ja. Ähm, der ist extrem figurbetont, hat hier, äh, ziemlich lange Arme. Da bin ich auch gespannt, wie das dann bei mir aussehen wird. Hat hier auch schöne Bündchen, das mag ich gerne leiden. Ich mag das auch, dass man das hier so, dass man diese Längsstreifen hat und dass es hier so mobsbetont ist. Ich mag das einfach. Und, ja, der gefällt mir auf jeden Fall jetzt so, äh, auf dem Bügel. Und jetzt muss ich mal gucken, wie der angezogen aussieht, ne? Okay, das ist ein sehr, sehr schönes, aber auch sehr, sehr ausgefallenes, sexy Oberteil, würde ich sagen, ne? Ich mag das, dass es so fließend ist, dass es so figurbetont ist, dass alles so schön hervorgehoben wird, wie man es gerne mag, ne? Also, ich mag, dass es sitzt wie eine zweite Haut. Es ist mir aber ein bisschen zu kurz, um ehrlich zu sein. Das ist wirklich sehr bauchfrei. Da muss ich auf jeden Fall einen Rock zu anziehen oder irgendwas, was dann schon bis hier geht oder so. Sei es eine richtige High Waist Jeans oder ein sehr, sehr hochsitzender Rock. Vielleicht dieser Rock in einer kleineren Größe, wobei, bei mir der auch wahrscheinlich zu kurz, ne? Aber so sähe das dann quasi aus. Ist schick, ist definitiv schick. Problematisch dabei, it is one size, Leute, ne? Und ich finde es schon ziemlich eng, auch an den Armen und so. Ähm, ja, ich wiege 70 Kilo, bin 1,73 groß und, ne? Also, würde meine Größe schon so ein bisschen als Durchschnittsgröße bezeichnen. Aber ich weiß nicht, wie das hier so aussieht, ob das hier, also meine Hüftbreite oder so, ne? Ob das auch Durchschnitt ist, ich weiß es nicht. Aber, naja, schick ist es auf jeden Fall. Da brauchen wir uns nicht beschweren. So, und jetzt sind wir schon genug in schicken Fummeln rumgelaufen. Jetzt möchte ich auch mal was Bequemes anziehen und zwar einen schönen Einteiler. Kleider hat Chiquelle nämlich auch mega raus. Also, das können die richtig gut. Das hier ist auch so ein schönes Weiß-Beige-Creme, würde ich sagen. Und der hat halt wieder diese Puffärmelchen, was ich so gerne mag. Hier unten, das ist ja auch modern, ne? Dass du es hier unten so etwas enger zusammengehend hast, das mag ich auch gerne leiden. Und, ja, ich bin gespannt, wie es auch von der Länge her aussieht, weil auch das ist One-Size. Mag ich auf jeden Fall von dem Schnitt her, wie es hier so aussieht. Ich fasse das gerade auch unheimlich gerne an, weil sich das so weich anfühlt. Also, das ist auch ein ganz, ganz dicker Stoff. Ich weiß nicht, ob ihr meinen letzten oder vorletzten Chiquelle Haul gesehen habt. Und da habe ich, den vorletzten, genau, da habe ich euch ein schwarzes Kleid gezeigt. Das hat einen sehr, sehr ähnlichen Stoff. Und das ist halt recht dick, ne? Und das können die Schweden einfach. Und deswegen schlüpfen wir da einfach mal rein. Das ist mega geil. Also, ich habe hier mega viel Bewegungsfreiheit. Und ich kann hier fünf Schnitzel essen. Und das fühlt sich immer noch gut an. Man sieht, dass es ganz, ganz leicht durchsichtig ist. Also, ich habe hier eine schwarze Leggings drunter, nudefarbenen BH. Und hier sieht man auf jeden Fall, wo meine Leggings sitzt. Sehr figurbetont. Also, muss man halt tatsächlich aufpassen. Aber mir gefällt das richtig gut. Ich finde die Länge toll. Also, das würde ich auch tatsächlich so im Büro tragen. Hätte ich nichts drum bei. Ich finde das hier auch super angenehm an den Armen. Ich mag das ja mit dieser Puffärmel-Geschichte, ne? Das ist ja voll meins. Sieht auch super, super gemütlich aus. Also, irgendwie, weiß ich nicht, möchte man sich selbst die ganze Zeit in den Armen nehmen und flauscheln, weil das sich so toll anfühlt. Ich mag auch, dass hier diese Naht ist, weil das dann... Man wird so ein bisschen langgezogen, wenn ihr wisst, was ich meine. Mag ich auch gerne leiden. Und es macht schon eine schöne Figur, ne? Definitiv. Ja, so. Dann noch einfach irgendwie Stiefel dazu an. Und nicht irgendwelche... Pinguin-Socken. Und dann wäre ich halt ready for the office. Ich finde es schick. Und das ist halt irgendwie sexy, aber nicht irgendwie so aufreizend. Wisst ihr, was ich meine? Weil es halt einfach null irgendwie Haut zeigt, sondern einfach nur Figur. Und das finde ich voll cool. Man darf halt nicht vergessen, dass es One-Size ist. Das betone ich auch gerne mit dabei. Weil, ja, das ist schwierig, ne? Dieses ganze Fashion mit One-Size. Ich finde es halt schöner, wenn man halt wirklich Mode hat. Oder wenn man halt was hat, wo es verschiedene Größen gibt. Dass auch jeder irgendwie, der das geil findet, sich das halt holen kann in seiner Größe, ne? Ja. Ich habe halt da einfach Glück, weil mir die Sachen passen. Und, ja, aber so, wie gesagt, ich mag es richtig gerne leiden. Und ich fühle mich auch echt edel gerade. Das wäre halt auch so ein schönes Weihnachtskleid gewesen. Tada! Das war er nun, mein Chickel-Haul. Klein, aber fein, ne? Also ich hatte, wie gesagt, vier Teile, die ich mir aussuchen konnte. Und ich glaube, das hier ist dann auch tatsächlich mein absolutes Lieblingsteil aus diesem Haul. Ich weiß nicht. Ich bin halt mehr so Fan von langen Produkten. Also, dass quasi auch Oberteile länger sind. Ich mag dieses mit diesem Bauchfreiheit nicht so gerne. Und das ist halt jetzt modern. Das weiß ich. Das merke ich ja auch überall. Aber es ist nicht so ganz mein Style, weil ich halt dann einfach eine viel zu große Frostbäude dafür bin. Aber, naja, vielen Dank auf jeden Fall an Chickel, dass ihr mir die Produkte zugeschickt habt. Und dass ich die hier vorstellen konnte. Vielen Dank auch an den Rabattcode. An den Rabattcode für den Rabattcode. Claudies 25. Denkt auf jeden Fall dran. Denn 25 Prozent, das ist ein Viertel. Das ist ganz schön viel, finde ich. Und, ja, ihr Lieben, das war es jetzt von mir. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da suchen. Ja? Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz teuer gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Nein, da machen wir jetzt die Fashion Videos hin. Genau. Das passt besser. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.